Neuer Morgen, neues Glück hier in Live in meinem Bauernhof. Schön, dass du wieder dabei bist. So, guck mal, was wir hier haben. Wir haben jetzt Sojamilch und Firmtofu. Auch das ist schon wieder ein Snack. Und die Sojamilch und die Tofu, das können wir alles nochmal wieder weiterverwenden. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, warum ich das zusammengebaut habe. Aus den Sojabohnen, ich glaube, ich wollte es zeigen. Ich wollte noch irgendwas anderes machen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Es ist echt schlimm mit mir. Fällt mir gleich wieder ein, aber ich habe gesehen, meine alterstrüben Augen haben entdeckt. Jute ist reif, den sammeln wir mal ein. Vier Stück. Das könnte eng werden. Sechs Stück. Na, sieben. Zehn. Awesome, da können wir noch welchen anpflanzen. Oder sollen wir noch warten? Wir warten mit dem Anpflanzen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Wir brauchen Felle. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal diesen Jute-Dingen da. Genau, bundled Jute. Daraus machen wir jetzt so, einmal ins Wasser tauchen. Sehr gut. Die Sonne geht auf. Das ist doch herrlich hier. So, wir brauchen noch einen Spoof für die Bienenzucht. Wenn wir also Bienen einsammeln, brauchen wir ein extra Werkzeug, damit wir schön vorsichtig die Waben herausheben. Die Wolle hatte ich, glaube ich, hier irgendwie eher tödlicherweise reingepackt. Genau, ein oder zwei Wolle waren das nämlich. Dann so. Ups. So war es nicht. Und dann so. Häuschen abzubauen. Ah, genau. Wir wollten noch gucken, dass wir jetzt noch was mit hier schöne Rezepte haben. Denn wir haben ähm wir haben einen Eimer. Wir haben Salz. Nehmen wir mal zwei. Und dann haben wir, ich glaube, wir müssen hier nochmal eine normale Werkbank hinmachen. Und dann haben wir hier die Sojamilch. Und aus einem, in einem Eimer mit Salz und Sojamilch. Das funktioniert hervorragend. War das nicht so? Das ist, wenn man was vorführen. So ganz selbstsicher, ne? Können wir was vorführen und dann klappt es nicht. So. Ups. Das ist nicht, was ich suche. Das auch nicht. 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 Hm. Ich hätte echt gedacht, das wäre so. Dann gucken wir halt nach. Denn ich wollte Käse herstellen. Salz. Milch. Pot. Ist vielleicht die Anordnung wichtig. Milch. Ah. Gut. Man sollte vielleicht, wenn man Salz rein tun soll, nicht Zucker nehmen. Oh, das ist Türenknallen. Das müssen wir auch noch ausmachen. So. Salz. Haben wir bestimmt irgendwo. Können wir auch direkt in unsere Küche packen. Den braucht man hier wahrscheinlich nur in der Küche. Küche. Sehr gut. Wir können natürlich den Käse essen, aber ich würde dann gerne gucken, was können wir den Käse noch reinschmeißen. Deswegen machen wir mal, wir haben vier Soja, ne? Dann machen wir vier Käse. So. Ähm. Sojamilch. Einmal zum Anrühren. Und Salz. Kriegen wir mal vier Käse. So, jetzt gucken wir mal, was können wir mit dem Käse machen. Nehmen wir mal hier drauf. Und dann... Einfaches Käse-Rezept wäre zum Beispiel Tortilla. Oioioioi. Hm. Na, die Eier will ich jetzt nicht verquasen. Haben wir noch was Einfacheres? Oh, gefüllte Mushrooms. Lecker. Und die machen auch gut. Pass mal auf. Wir machen gefüllte Mushrooms. So, den... Pott, den tun wir mal weg. Den können wir aber, glaube ich, irgendwo draufstellen, oder? Geht das? Ich dachte, das ging irgendwie. So, Bakeware brauchen wir. Dann brauchen wir den Käse. Den haben wir schon. Dann brauchen wir Pilze. Wir brauchen ja jetzt auch Marschverpflegung für unsere Reise. So, Mushrooms. Vier Käse. Vier Mushrooms. So, was war die letzte Zutat? Die letzte Zutat war... Ah, Toast. Genau. Dann müssen wir noch... Mh, Brote. Ah, wir haben noch genau drei Brote. Dann packen wir mal die Brote in den hier nicht vorhandenen Ofen. Kann man doch direkt noch ein viertes machen. So. Ein bisschen Wheat. Habe ich denn meinen ganzen Weizen? Habe ich echt so wenig Weizen? Das würde mich jetzt aber schon so ein bisschen belasten. So, dann machen wir eben Toastbrot. Das kann schon mal vor sich hin dümmeln. So, dann gehen wir mal durch, ob wir alles für unsere Reise haben. Wir haben den Spoof. Wir haben Käfige für Tiere. Wir haben einen Eimer. Wir haben ein Bett. Wir haben Essen. Wir haben Salz. Das ist ganz wichtig. Kotten und Dings. Das können wir mal wegpacken. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Im Moment. Wir müssen noch nach dem See gucken gleich. Okay. Dann haben wir hier noch was mit... Was machen wir denn aus den... Für was können wir die denn verwenden? Das war jetzt sehr wichtig, dass wir das raus und nachgeguckt haben. So. Also, da kommen die ganzen Rezepte, wo wir immer Gewürze brauchten noch. Die wir... Wo uns Gewürze gefehlt haben. Die können wir damit machen. Packen wir aber erst mal weg. So. Die Fäden behalten wir. Die Pilze haben wir. Und das Brot. Da ist unser Toast. Und jetzt machen wir gefüllte Mushrooms mit Käse. Lecker. So. Gucken wir mal. Oh, Käsetoast können wir auch machen. Eins, zwei, drei, vier. Hier. Sollen wir direkt erst mal eine programmieren hier. Lecker. Super. Den Rest packen wir in den Rucksack. Richtig. Fische. Dafür wollte ich mit dem Tofu rumprobieren. Jetzt habe ich aber, glaube ich, den Tofu kaputt gemacht. Oder geht das mit dem? Mit einer Sorte ging es. Silken Tofu. Nein. Firm Tofu. Daraus können wir nämlich Fische bauen. Für unsere Fallen. Das war es nämlich, was ich machen wollte. Aber den Fisch nehmen wir so mit. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, warum. Und wer es nicht ahnt, der bleibt einfach gespannt. Anland. So. Dann machen wir mal hier, weil wir hier unsere Tofu Sachen haben. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier die Tofu Sachen rein. Und den Cup Hop Toft. Obwohl das eigentlich, das ist eigentlich eine Zutat zum. Hallo. Da kann man nämlich auch Fäden raus machen, glaube ich. Nicht. Wofür war denn der gut? Ah, drei. Drei werden zu einem Faden. Dann nehmen wir den mal mit als Nähzeug. Man hat ja immer unterwegs gerne Nähzeug dabei. So. Die Leder nehmen wir mal auch mit, wenn wir unterwegs eine Tasche bauen wollen. Wir sollten noch irgendwelche anderen Sachen zu essen machen. Ich glaube, das ist mir ein bisschen wenig. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen wenig. So, irgendwas, wovon wir viel haben. Strawberry. Irgendwas, was viel Strawberry braucht. Wir nehmen mal einen Stack Strawberries. Und gucken mal, welche Rezepte mit zwei Zutaten zum Beispiel wir da rausbekommen. Ja, das waren jetzt nicht so ganz. Zwei Zutaten. Da. Normaler Fruchtsalat. Wir nehmen auch nie was zu trinken mit. Aber wir können keinen Smoothie machen, weil wir keine Schneebälle haben. Oh, wir können Schokolade herstellen. Wir können Schokolade herstellen. Wir nehmen uns einfach mal ein paar Fruchtsalate noch mit. Und dann kann die Reise losgehen. Autsch. So. So. Fetsch. Wunderbar. Rest werden wir wahrscheinlich unterwegs sammeln können. Ich habe auch hier noch so ein paar... Ich habe hier noch so ein paar Blumen hingestellt, falls euch das nicht aufgefallen ist. So. Das tun wir mal da rein. Die Wolle nehmen wir auch mal hier oben rein. Brokkoli. Das sind ja die Sammelsachen eigentlich. Der muss hier raus. Dann den Atlas brauchen wir natürlich. Mit der Jute wollte ich noch gucken, ob wir eventuell noch... Könnte ja schon gut sein. Jawohl. Ist schon rattled. Da haben wir die nächsten Fasern. Warum ist da eigentlich so ein tiefes Loch drin? Nicht, dass da jetzt was reingeflutscht ist. Nein. Gut. Dann können wir hier nochmal... Zwei. Reicht genau passend nicht. Packen wir auch mal hier rein. Die Stöcke packen wir hier rein. Baumwolle. Komm, die Jute packen wir auch da rein. Die Tomatensamen. Die packen wir mal in die Kiste. Und ich glaube, wir haben alles. Ich habe jetzt wieder dieses Gefühl... Kennt ihr das? Herd ausgemacht. Blablabla. Irgendwas hat man immer vergessen. So. Da wollte ich die Käfige reintun. Und... Cobblestore müssen wir glaube ich auch nicht... Ja, nehmen wir mal mit, wenn wir einen Ofen bauen wollen. Das hier sind die Bienenzuchtsachen. Da gehört eigentlich dann der Spoof... Oder wie auch immer. Wie heißt der nochmal? Scoop. Genau. Der gehört dann in die Bienenzuchttasche rein. So. Das Ei. Das Ei. Das macht uns frei. Das Bett haben wir. Wir haben Holz. Ich glaube, zwei Dschungelwood einzeln müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Die packen wir noch weg. Dann gehen wir schlafen. Und dann geht's los. Und dieses Mal werden wir halt sehr viele Dinge mitnehmen. Das haben wir letzten Mal ja nicht gemacht. Da war glaube ich unsere Holzkiste. Da packen wir es mal rein. So, brauchen wir hier noch irgendwas von. Habe ich ein Schwert dabei? Ja, Schwert habe ich dabei. Tja, für was will ich wohl den Fisch mitnehmen? Hm. Vielleicht haben wir ja Glück. Der eine oder andere weiß es schon. Aber nicht verraten. Nicht in den Kommentaren verraten. Das wäre gemein. Ich spiele uns immer noch mit dem einen Texture Pack, weil ich immer noch eine eine Staffel aufnehme. Also wie ihr jetzt entschieden habt, das sehen wir dann hinterher. So, ich glaube wir können los. Acht essen ist wahrscheinlich noch ein bisschen wenig, oder? Sollen wir noch ein paar mehr Salate machen? Oder wir gucken mal, was haben wir denn noch hier? Äh, Artischocken. Artischocken und Äpfel. Was können wir aus Artischocken machen? Salz, Gewürz. Ein Veggie-Burger. Oh, lecker Veggie-Burger. Mag ich wirklich. Also wirklich ganz tolle Sache. Ein Bait. Genau, haben wir einen Veggie-Burger. Salz haben wir. Da, und dann eben genau. Das, was ich nämlich meinte. Hier diese Gewürze. Gut, dass wir die jetzt haben. Äh, welche Gewürze zählen denn da? Spice Leaf. Curry. Ginger. Ginger haben wir genug. Ginger, Ginger, Ginger. 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 Sprach er und fand den Ginger nicht. Hä? Das war doch eines der ersten, wo wir irgendwie total viel von hatten. Da bin ich jetzt total durch den Wind. Den Muskat will ich jetzt nicht ran. Das ist mir zu wenig. Ja, die Musik, die verrät auch schon, wo wir hinziehen, ne? Also irgendwie in den Orient. Hä? Äh, ich bin verwirrt. Ich dachte, wir hätten echt davon, da bin ich ja jetzt aber echt etwas irritiert. Spice Leaf können wir nehmen. Mustard können wir nehmen. Curry. Ginger. Gehen wir mal aufs Feld, gucken wir mal, ob wir da Ginger haben. Wir sollten auch auf jeden Fall immer Salz mitnehmen, weil ich glaube, Salz können wir nicht, können wir nicht anders gewinnen. Es ist schon wieder so dunkel hier. Wir gehen mal in den Runden schlafen. Aber ich glaube, die Musik wieder auf Dauer anstrengend. Weiß gar nicht, warum. So. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir macht das einfach Spaß. Wir kommen hier zwar... Ja, wir lassen uns die Zeit, die wir brauchen. Geh wie Ginger finden wir auf Feldnummer... Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, würde ich hier jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Ihr seht also, auch das hat sich wahrscheinlich gelohnt. Feldnummer 27. Und hier ist unsere Vogelscheuche, die alles hier geladen lässt. Sehr gut. Kann man die eigentlich... Irgendwie sieht noch ein bisschen komisch aus. Hm. Äh, 27, 25, 26, 27. Hier. Das soll Ginger sein? Dafür haben wir jetzt noch mal hier Knoblauch. Dann müssen wir mal eben ein bisschen Dünger ran. Das wäre mal eben hier... Dann holen wir uns mal den Ginger da raus. Ich hätte echt gedacht, da hätten wir schon mehr von. Achtmal. Sechsmal. Dreimal. So, pass auf. Jetzt kommt hier der ultimative Profitipp. So was hast du noch nicht gesehen. Also, ihr sollt ja auch hier was lernen, ne? Vom besten Minecraft-Spieler der Welt. So, da geht man hier so drauf. Geht man da so drauf. Und dann kann ich jetzt immer hier weiter klicken. Und er erntet das einfach. So, fertig. Elf Ginger. Gut. Das ist jetzt nicht die Welt. Oh, guck mal, wie schön das wird da hinten. Da wollte ich ja auch noch was bauen, aber da kommen wir ja gar nicht zu. Wir haben ja so viel zu tun. So, woher habe ich das? Backware, oder was war das? Uh, Backware. 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 Backware habe ich nur in der Tasche. So. Ähm. Ach, Salz. Salz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt aber. Veggie-Burger. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Äh, nicht abstürzen. Komm. Vier. Fünf. Ah, Tischocken, zu wenig. Gut. Dann würde ich sagen, weil das ja Gewürze sind, äh, die packen wir mal hier rein. Und die Tischocken packen wir wieder weg. Und den Salz packen wir auch wieder weg. Und die Bakeware, die nehmen wir natürlich auch nicht mit. So. Also, Warte, muss sein. Ah, die Tischocken tun wir auch, äh, weg. So. Und das Essen, das lassen wir mal hier. Cobblestone. Dann packen wir den Cobblestone in unsere, ähm, Reiserucksack-Tasche. Und das hier packen wir da rein. Und was brauchen wir jetzt noch? Wir müssten eigentlich nur noch... Wo habe ich denn jetzt... Nö. Wir können los. Wir können los. Genau. So, jetzt gucken wir mal uns die Route an, die wir denn wohl zurücklegen. Also, mein Ziel ist es ja... Mein Ziel ist es ja, zum einen Tiere zu finden, die wir mitnehmen können. Zum anderen müssen wir in den Dschungel rein und Jungle-Leaves ernten. Und hier haben wir noch ein Gebiet, wo wir noch nicht aufgedeckt haben. Das wäre übrigens ganz cool. Das ist aber ziemlich weit weg. Wir könnten auch die... die Bewohner nochmal besuchen hier. Hier unten ist ja, glaube ich, Dschungel, ne? Ist das Dschungel? Vielleicht. So, dass wir halt erstmal hier nach Süden reisen. Das ist halt... Wir sind hier auf einer Insel, ne? Das ist immer so ein bisschen... Blade. Erstmal nach Süden reisen. Dann gucken, dass wir hier... Ob das hier der Dschungel war. Dann dieses Gebiet vielleicht noch aufdecken. Irgendwie so. Irgendwie so. Ich wollte noch so einen Werkbankrucksack machen. Deswegen habe ich die ganze Zeit hier wegen diesem... äh, Fällen geratet. Genau, das war es nämlich, wo ich noch drauf... Das war es nämlich. Pass mal auf. Sechs haben wir. Sechs hiervon. Moment, das reicht doch. Acht. Und ne Werkbank. Das geht doch. Können wir auch mitnehmen. Haben wir ne Werkbank dabei, die Vertrag... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hab keine Ahnung. Pass auf. Das kannst du nämlich mixen hier. So zum Beispiel. So. Perfekt. Nur nicht das, was wir gerade brauchen. Ach, der Garderoi wäre hier. So. Zack. Werkbank in die Mitte. Das hier drumrum. So. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Ach. Da kann ich mir einfach ne Craft Matrix machen. Leg ich die Sachen hier rein, oder kommen die... Doch, ist ja cool. Doch, ist doch cool. So, wir sagen, wir gehen da mal hier nach... Nach Süden. Hier unten runter. Und dann hier so irgendwie zu den Gewuppen. Dass wir diesen Teil hier noch aufdecken. Und den hier markieren wir uns mal eben. Südlich neue Chunks. Kann man das editieren? Nochmal. Wobei das irritierend ist, ne? Wir gucken mal. Wir können uns das merken. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Werkbank habe ich da. Eine tragbare Werkbank haben wir dabei. Wir haben die Rucksäcke. Wir haben Essen. Wir haben den Bienenzuchtspuff. Ich glaube, wir haben genug Platz. Es geht los. Ein Boot können wir reinbauen. Oder zwei. Ich bin immer so aufgeregt, wenn es auf Reise geht. Weil ich mag das so. Einfach durch die Welt zu ziehen. Dinge zu entdecken. Und dieses Mal werden wir in der Tat auch wirklich... Also dieses Mal wirklich, wirklich... Werden wir... Dinge mitnehmen und genauer gucken. Das habt ihr mir zuletzt ja vorgeworfen. Dass wir da nicht ordentlich genug sind. So. Was haben wir denn hier? Was machen denn unsere Bäume hier? Guck mal. Ah, die Kirschbäume. Wir können die Kirschen bald ernten. Die Kirschen. Das ist nämlich die Sache, wo wir auch darauf achten müssen. Dass wir wirklich jetzt auch die Bäume alle mitnehmen. Und die ganzen Gärten mitnehmen. Weil wir haben ja jetzt einen riesigen Rucksack. Und gerade wenn wir jetzt gleich Richtung Dschungel gehen. Das sind ja bei den niedrigeren Bäumen. Wir nehmen die Schafe von weiter weg mit. Dann können wir die, die wir hier eh schon haben, behalten. Gerade bei den niedrigeren Bäumen. Sollen wir die Bärengärten auch noch mitnehmen? Haben wir denn alle Beeren? Bambus. Korn. Korn haben wir noch nicht. Kornberry haben wir noch nicht. Curry, Leaf. Das sind diese Leafgärten. Peanut. Rote Beete. Sonnenblumen. Naja. Nehmen sie mal mit. Nehmen wir einen stehen lassen. Hä? Nehmen wir einen stehen lassen, damit die sich weiter vermehren. Das wollte ich nicht. Die wollte das so haben. So. Hab ich eine Axt gemacht? Ach, können wir unterwegs machen. So, Pilze. Wir gehen jetzt mal ein bisschen aufmerksamer hier durchs Land. Wobei wir natürlich jetzt auch erst in das neue Gebiet reinrennen müssen. Weil diese Bienenzuchtsachen, ich glaube, die spawnen nicht nachträglich. Hier ist noch ein kleiner See. Das können wir uns mal merken. Das ist ja alles südlich von unserem Haus. Wenn wir noch was bauen wollen. Wir müssen ja auch noch Felder für die Tiere anlegen. Und wenn wir jetzt Tiere sammeln gehen. Und die Musik passt so, ne? Abenteuer. Ja, hier gibt es ein paar von den angeblich seltenen Kürbis. Ich habe das irgendwo gelesen. Die Kürbisse sollen sehr selten sein. Das sieht man hier sehr, sehr eindrucksvoll. Wir müssen mal nach den Bäumen schauen. Oh, das ist gut. Chestnut. Zack. Weißt du? Fünf Meter gelaufen. Schon haben wir hier was. Die wachsen mit... Die wachsen mit, ähm... Mit normalen Eichenbäumen. Das ist gut. So, hier der Garten. Der wird sich wahrscheinlich auch nicht vermehren. Nutmeg. Hallo? An einem Baum zwei Fruchtsorten? Was ist da denn los? Und was ist Nutmeg? Noch ne Chestnut. Beehive, das sind nicht die, die wir brauchen. Die lassen wir mal hängen. Da können die Bienen... Wir wollen die ja nicht aus ihren... Da oben ist ein Leafy-Garten, glaube ich. Wir wollen die ja nicht aus ihrem Biotop rausholen. Ne, das ist nur Gras. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Also, da hinten ist schon Dschungel. Da ist... Zumindest sind da die großen Bäume. Wir wollen auch von allen Bäumen mal so ein bisschen was mitnehmen. Jetzt, wo wir den großen Rucksack haben, der irgendwie nicht groß geworden ist. Ich muss mal in der Config gucken, ob da irgendwas... Ob ich da irgendwas falsch gemacht hab. So. Und wir müssen uns jetzt in... In diese... In diese Richtung bewegen. Ich würde jetzt mal gerne so lange wie möglich auch an Land bleiben. Aber wir gehen mal oben hier oben lang, damit wir... Habe ich eigentlich ein Bett eingepackt? Natürlich habe ich ein Bett eingepackt. Damit wir hier eventuell noch ein paar Gärten finden. Denn diese ganzen Leafy-Gärten, da sind, glaube ich, die Gewürze drin. Die... Oh, ist das toll. Guck mal. Ich packe mal eben das Bett aus. Ich packe mal eben das. Ist das Junglewood. Dann müssten wir da vielleicht mal eben einen kleinen Schlenker hin machen. Wisst ihr was? Ich mach das mal eben zwischen den Folgen so ein bisschen, weil das zu den Gebieten hinlaufen ist wahrscheinlich so ein bisschen langweilig. Das mach ich mal eben alleine. Das krieg ich hin. Du kannst ja beim nächsten Mal wieder zugucken, wenn ich dann angekommen bin. Würde ich vorschlagen. Bis dahin sagst du allen deinen Freunden weiter, dass wir hier ganz coole... Da ist, wächst was am Baum. Diese ganzen Sachen, die an den Bäumen wachsen, da haben wir noch gar nicht mit angefangen. Deswegen müssen wir auch die mitnehmen. Haben wir ja gesagt. Wir gucken nochmal eben, was das ist. Ups. Oh, das ist auf jeden Fall ein Dschungelbaum. Elment. Der ist doch reif, oder nicht? Hallo? Hallo, Elment. Ist doch reif. Elment. Keine Ahnung, was das ist. Finden wir raus. In der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du das Video weiter empfiehlst. Allen deinen Freunden und so weiter. Und ich werde mal hier diesen Baum ernten. Und gucken, ob da irgendwie... Setzlinge rauskommen. Und dann werde ich zwei Dinge tun. Ich werde einmal hier in diese Richtung in den Wald gucken, ob das der Wald ist, den wir brauchen. Ansonsten gehe ich hier unten ein bisschen weiter. Und da sehen wir uns dann wieder. Tschüss. Mach's gut.